Im letzten Jahr waren wir sehr erfolgreich mit Comtec, haben dort die Strukturen weiter etabliert, ausgebaut und so die Grundlagen gelegt für ein erfolgreiches 2019 und wir sind auf einem sehr guten Weg und voller Zuversicht. 2019 wird es sehr, sehr spannend. Wir haben hier viele Neuigkeiten auf der ESE präsentiert und diese Neuigkeiten treffen genau die Anforderungen des Marktes unserer Kunden und wir sind da sehr positiv. Dieses Jahr, wie gesagt, gibt es sehr viel Neues zu sehen. Bei uns sehr interessante Erweiterungen im Bereich Artio Sign und im Artio Guest Portal sowie Integration von Live-Content über NDI. Sehr, sehr spannend, so wird es weitergehen. Wir treffen hier auf der Messe sehr viele unserer Kunden und Berater. Wir haben hier die Möglichkeit, diese Systeme alle live zu zeigen. Es ist oftmals schwierig in der Umgebung, in Terminen, das gesamte Equipment und die Zeit dafür zu finden. Hier haben wir einen Vorsprung, hier können wir alles aufbauen. Hier haben wir die Zeit eingehend, uns da über die Technologie zu unterhalten.